Morgen Leute, herzlich willkommen auf Koko Fitness. Heute mit einem Thema Testosteronmangel. Habe ich, habe ich nicht, wie auch immer, Ursachen und was kann ich dagegen machen? Also, es ist ja so, dass einige Leute, sogar ein Haufen Leute, irgendwie an Testosteronmangel leiden, einfach aufgrund dessen, was heutzutage Stress an der Tagesordnung ist, ungesunde Ernährung an der Tagesordnung ist, was auch immer. Also, wie kriege ich raus, ob ich an Testosteronmangel leide oder nicht? Gut, es gibt einen Haufen Symptome. Es fängt an mit so allgemeinem Vitalitätsverlust, so dass man irgendwie keine Lust mehr auf gar nichts hat. Man fühlt sich die ganze Zeit so matschig und abgeschlagen. Man ist häufig müde, obwohl man eigentlich genug geschlafen hat. Dann sagt man, Mama hat zu viel geschlafen und so. Stimmt soweit alles nicht. Kann Testosteronmangel sein. Muss man halt da mal gucken. Wenn ihr, ich sag mal, nicht über 40 seid und keine Lust auf Sex habt, dann ist das meistens auch einer der Gründe, die vielleicht darauf schließen lassen, dass man irgendwie den Sexualhormonmangel hat. Wenn man schwächer wird, also das ist jetzt nicht irgendwie so sukzessive schwächer, weil man keinen Sport macht oder so, sondern wenn man einfach feststellt, so sag mal, früher war das doch alles irgendwie, früher war das doch einfacher. Und auf einmal ist alles halt irgendwie so, ja, schwerer eben. Wenn man, ja, übermäßig Fett aufbaut. Also wenn man auf einmal feststellt, so, wo kommt der Schwimmring her, den hatte ich doch vorher nicht. Das, äh, pfff. Also Fetteinlagerung ist ja immer so ein Problem, gerade an den Stellen, wo man es als Mann nicht kriegt. Also Mann ist so prädestiniert für Bauchfett. Wenn man jetzt irgendwie an den Hüften irgendwie Fett kriegt oder was, dann ist das meistens irgendwie schon so, wo man sagt, na no, das ist aber eigentlich, eigentlich sollte das da nicht sein. Wenn ihr merkt, dass ihr euch nicht mehr konzentrieren könnt, wenn ihr Sachen ständig vergesst, also so Gedächtnislücken und so was, wenn ihr, ja, viel traurig seid, aus unerklärlichen Gründen. Also, klar, wenn jetzt irgendwie die Omi stirbt oder so, dann ist man traurig. Das hat jetzt nichts mit Testosteronmangel zu tun. Aber wenn man einfach so durchgehend immer ständig traurig ist oder Depressionen hat oder was auch immer. Depressionen sind so schlimm, das klingt eigentlich eine Frauenkrankheit und irgendwie kommen die so durchs Östrogen. Das heißt, wenn euer Östrogenpegel ein bisschen hoch ist, dann kriegt ihr Depris. Oder wenn euer Testosteronlevel halt dementsprechend niedrig ist. Wenn ihr nicht mehr durchschlafen könnt. Wenn ihr jetzt, also nicht, wenn ihr jetzt irgendwie 8 Flaschen Wasser getrunken habt und ständig aufstehen müsst und pinkeln. Sondern wenn ihr einfach nicht mehr durchschlafen könnt. Wenn ihr aufwacht einfach während der Nacht. Und das ein paar Mal öfter. Und das halt auch viele Nächte in Folge. Kann das auch ein Grund für Testosteronmangel sein. Wenn ihr trockene Haut habt. Wenn ihr keine Haare mehr auf den Armen habt. Oder also sowas. Solche Sachen. Dann kann es sein, dass ihr entweder grundsätzlich einen ziemlich niedrigen Testosteronspiegel habt. Oder dass der gesunken ist mit der Zeit. Ja. Gesunken mit der Zeit. Wie kann das kommen? Wie kann... Wir haben ja irgendwie so einen eingestellten Testosteronspiegel. Warum haben wir den? Warum haben wir den nicht? Zum einen, es gibt Leute, die... Also es gibt bei den Frauen die sogenannte Menopause. Das heißt, wenn die irgendwann ab 50 plus unfruchtbar werden. Beziehungsweise der Körper sich verändert. Sodass sie keine Kinder mehr kriegen können. Es gibt die sogenannte Andropause. Das ist halt beim Mann quasi dasselbe. Trifft nicht jeden Mann. Deswegen kann es halt für irgendwelche 50-jährigen Leute sein, dass der Arbeitskollege es nicht hat. Und der sagt, wieso? Ich gehe zum Sport. Und ich besteige meine Frau jeden Tag. Und alles ist gut. Also ich habe... Das ist Quatsch bei dir. Es muss auch was anderen kommen. Das kriegt nicht jeder. Und man kann sich dann gerne mal testen lassen. Weil grundsätzlich ist es so, dass ab dem 35. Lebensjahr jedes Jahr der Testosteronspiegel so um 1-2% fällt. Das heißt, irgendwann ist man auch auf einem Level, wo man sich einfach nicht mehr gut fühlt. Ja, größter Punkt, gerade glaube ich auch bei den Leuten, die das hier maßgeblich trifft auf dem Channel, ist ungesunder Lebensstil. Also das heißt, wenn ihr von vornherein schon immer zu viel gefressen habt und fett seid. Wenn ihr dazu noch trinkt, oder grundsätzlich zu viel trinkt, wenn ihr Alkoholiker seid, oder was auch immer. Wenn ihr dazu noch raucht, wenn eure Ernährung dann nur aus Tiefkühlpizza besteht, also ziemlich einseitig ist und keine Mikronährstoffe enthält. Wenn ihr Drogen konsumiert, also die bunten Partypillen, oder die Spritze im Arm, oder was auch immer. Wenn ihr dann noch mangelnde Bewegungen habt und euch geistig nicht mehr irgendwie bewegt, dann habt ihr Testosteron-Mangelpunkt. Weil ihr braucht es nicht. Das Testosteron ist ja ein Sexualhormon. Das ist ja so ein Jagdantriebshormon. Bildet halt dementsprechend auch Muskulatur auf. Die meisten Androgenrezeptoren sitzen im Schultergürtel und im Nacken und in der oberen Brust, weil man ja früher mal auf allen Vieren lief. Und dann ging das halt so. Und dann musste man halt bullig aussehen. Und deswegen setzen da die Sexualhormone an. Auch für den Kampf ist es entscheidend. Und brauchen wir jetzt heutzutage alles nicht mehr. Aber da sind nun mal immer noch die Androgenrezeptoren. Da können wir ja nichts dagegen machen. Also, worst case ist natürlich, wenn ihr jetzt so der besoffene, begifte, Pizzabringdienst, Playstation-daddelnde, fettleibige Typ seid, der auf der Couch sitzt. Da müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr keine Testosterone habt. Aber dann seht ihr wahrscheinlich eh nicht diesen Channel und dann geht es euch auch am Arsch vorbei. So, also das sind so die grundlegenden Sachen. Es gibt natürlich noch Krankheiten. Diabetes mellitus zum Beispiel ist einer der Punkte, die auf negativ auf den Testosteroidspiegel wirken. Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte oder schlechte Blutfettwerte, sprich erhöhtes LDL und niedriges HDL. Das sogenannte metabolische Syndrom, das ist im Prinzip eine Kombination aus zu hohem Blutdruck, schlechten Blutfettwerten, Fettleibigkeit in der Bauchregion, also Schwimmringkandidaten und eine Insulinresistenz, erhöhte Insulinresistenz. Dann, inwieweit es unter Stress fällt, also unter Krankheiten fällt, ist Stress noch ein Punkt. Also das heißt, wenn ihr wirklich, keine Ahnung, Dauerbelastung am Arbeitsplatz ist ein Punkt, wenn ihr wirklich die ganze Zeit nur unter Strom steht, euch nicht irgendwie geistig erholen könnt, ihr die Arbeit mit nach Hause nehmt, ihr damit abends einschlaft, ihr damit morgens aufsteht, ihr wieder zur Arbeit geht und das quasi 24-7 so Wochenende, denkt ihr auch nur an die Arbeit, kommt nicht mehr wirklich runter, könnt nicht mehr runterfahren, dann braucht ihr definitiv irgendwie einen Ausgleich, ob das jetzt Sport ist oder was auch immer, kommen wir nachher zu, wie man grundsätzlich diese Symptome bekämpft, beziehungsweise das sind ja Ursachen in dem Fall dann. Familiäre Probleme ist ja auch eine Art von Stress, also wenn irgendwas zu Hause nicht rund läuft, dann kann das halt nicht nur auf die Psyche drücken, sondern auch auf euren Hormonspiegel. Psychische Erkrankungen, Depressionen gehören dazu, jetzt sagt man halt Depressionen, ja du hast doch gerade gesagt, Testosteron, niedriges Testosteron löst Depressionen aus, ja und im Umkehrschluss ist es so, wenn du die ganze Zeit in Depressionen leidest, dann drückst du damit der Testosteron-Spiel noch weiter, also da musst du halt dann einmal das Loch durchbrechen, aus dem Arsch kommen, ob das jetzt irgendwie exogen zugeführt wird oder ob das durch Eigenantrieb passiert, sei jetzt mal dahingestellt, wie gesagt, ich habe keine Probleme mit Stoff, keine Probleme ohne Stoff, ich finde, es wird halt zu sehr gehypt, dass man halt irgendwie, wenn Leute Testosteron konsumieren möchten, dann soll sie es machen, also ganz im Ernst, irgendwelche 13-Jährigen gehen zum Arzt, lassen sich die Pille verschreiben, das ist im Prinzip nichts anderes als Estradiol, also Östrogen, in atemberaubenden Mengen, so 12-13-Jährige und zusätzlich, weil sie Angst haben, dick zu werden, sie wollen ja nur dicke Hupen haben, Angst, weil sie Angst vorm Dickwerden haben, beziehungsweise Wasser ziehen, ist ja noch ein Diuretikum mit Donnen, also was könnt ihr denn noch alles machen, entwässern und gleichzeitig eine Östrogenbombe in so einen 12-jährigen Körper schubsen, Leute, da müsst ihr ja immer an den Kopf fassen, was seid ihr eigentlich für Ärzte, ne? Ja, Medikamente und Krankheiten, ja, grundsätzlich so Stress und psychische Krankheiten sind ja auch Krankheiten, aber gehen wir mal auf körperliche Krankheiten ein, beispielsweise gibt es einen Morbus Kleinfelder, 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 das ist eine sogenannte Hormonstörung, die halt quasi genetisch bedingt ist, da produziert ihr es halt einfach nicht, wenn ihr natürlich einen Hoden abgenommen bekommen habt, warum auch immer, sei es ihr seid am Jägerzaun hängen geblieben oder aufgrund von Bodenkrebs oder was auch immer, wenn die Fabrik nicht mehr da ist, könnt ihr natürlich nicht mehr produzieren, wenn ihr Medikamente nehmt, beispielsweise Haarausfallpräparate wie Finasterid oder Prostata-Hyperplasie-Präparate wie Dutasterid, was im Prinzip das gleiche ist wie Finasterid, aber dazu irgendwann bald ein Video, drücken im Prinzip euren DHT-Wert weg, also verringern die Konvertierung von Testosteron in DHT und dementsprechend ist es so, dass ihr euer Östrogen ein bisschen überhanden nimmt, weil DHT der härteste Antagonist, also Gegenspieler von Östrogen ist. Und der Wert natürlich niedriger ist, ist klar, kann sich das Östrogen halt mehr ein bisschen freier bewegen. Einige Antidepressiva wirken noch auf den Testosteronspiegel, deswegen halt auch wieder, wenn ihr an Depressionen leidet, Medikamente dagegen kriegt, kann es sein, dass die euch noch weiter runterdrücken, im Testosteronspiegel, das heißt, die Depressionen werden wieder mehr, das heißt, ihr braucht wieder mehr davon, ihr drückt euren Spiegel noch weiter runter, also es ist ein Teufelskreis. Und der Scheiß ist mal richtig ungesund, also sowohl für euren Magen-Darm-Trakt als auch alles andere. Dementsprechend dann den Arzt vielleicht mal ansprechen, in Richtung Testosteronersatztherapie, oder ob er das nicht mal machen will. So, ob er das nicht mal machen will. Ja, wenn ihr, wie gesagt, ich will niemandem dazu raten, grundsätzlich sollten alle eigentlich alt genug sein, und wenn sie sich dann dazu entscheiden, dann soll dieser Channel ja eine Möglichkeit bieten, der Aufklärung, und was man nicht nehmen sollte, und welche Nebenwirkungen entstehen, und halt im Prinzip Aufklärungsarbeit leisten, weil das Thema ja immer so ein bisschen totgeschwiegen wird, aber es trotzdem immer noch genutzt wird, und dann ist man halt immer auf die Aussagen von irgendwelchen Studiomenschen angewiesen, und einige davon haben echt mal richtig keine Ahnung, so, obwohl sie schon jahrelang stoffen. So, also, Möglichkeiten Testosteron selber zu steigern, ohne irgendwelche exogen zugeführten Hormone, ist Krafttraining, so blöd das klingt, aber fangt einfach mit Kraftsport an, und dann bitte auch Kraftsport, und nicht so ein Kinderquatsch mit Matsch, so, hier, Ringelpiez mit anfassen, ich nehme mal eine 5 Kilo Handel, und fang an, irgendwelche Schulterpressübungen, oder rudern, oder irgendeinen Scheiß zu machen, bloß weil es halt alle anderen machen, da geht es so in den Bereich von Deadlifts, so, schwere Kreuzheben, schwere Kniebeugen, Tiefkniebeugen, lasst euch die richtige Ausführung zeigen, fangt langsam an, lernt die Ausführung richtig, und dann geht mit dem Gewicht hoch, und dann werdet ihr feststellen, dass es eine komplett andere Belastung ist, als die Typen, die sich da hinstellen, und mit ihren Kinderhanteln rumwerfen, klar, der Muskel fängt auch irgendwann an, weh zu tun, wenn ihr da mit 5 Kilo, eine halbe Stunde lang rudert, aber ihr habt natürlich kein Testosteronausstoß, euer Erwachstumshormone werden nicht angeregt, euer Testosteron wird nicht angeregt, dementsprechend, Krafttraining mit Power, Powerlifting, das macht schon Spaß dran, was sonst noch funktioniert, HIIT, also High Intensiv Intervall Training, funktioniert im Prinzip so, wie Kurzstrecken Sprints, zum Beispiel ist eins davon, ich sage jetzt bewusst Kurzstrecken Sprints, alles andere gibt ja HIIT ja noch in allen anderen Arten, aber Kurzstrecken Sprints im Vergleich zu gemütlichem Joggen oder Langstrecken Laufen, gemütliches Langstrecken Laufen oder Joggen oder was auch immer, regt, ist ein Katabola Prozess, das heißt, ihr verbrennt Muskulatur, und euer Körper wird nicht dazu angehalten, Hormone zu produzieren, sondern nur wieder zu reparieren, dass es wieder weiter funktioniert, um ein paar Blutgefäße aufzubauen, um ein bisschen zu erweitern, um ein paar mehr rote Blutkörperchen zu bilden, Naviolen werden gestärkt, bla bla bla, aber keine Hormone, und das ist das, was entscheidend ist, um genau die angesprochenen Probleme irgendwie zu bekämpfen, so, also, Powerlifting, HIIT, HIIT in allen Formen, ne, ähm, ja, Vitamine, Mineralstoffe, wie gesagt, wenn ihr euch in der einseitigen Ernährung schon wiedergefunden habt, dann fangt an, eure Ernährung umzustellen, dass das alles ein bisschen sauberer wird, ein bisschen funktioniert, und dann, äh, könnt ihr nochmal, das Video, äh, meine Supplemente zum Fettabbau angucken, da sind nämlich zufälligerweise ein, zwei Sachen drin, die zufälligerweise auch den Testosteronspiegel erhöhen, denn Testosteron hat ja die Eigenschaft, Körperfett loszuwerden, und Muskulatur aufzubauen, dementsprechend, sind da ein, zwei Supplemente drin, ich, äh, werde sie uns auch nochmal ansprechen, also Vitamin D, gerade im Winter, ähm, Vitamin D, Vitamin D3 in einer Dosierung von 2000 bis 3000 internationalen Einheiten, konsumiert das mit einem Fett zusammen, weil Vitamin D ist fettlöslich, meistens sind die immer schon in so kleinen Ölkapseln gelöst, dann, äh, könnt ihr euch das sparen, aber falls nicht, und das ist irgendwie ein Pulver oder was auch immer, nehmt es mit Fett zusammen, ähm, gesättigte Fette, euer Körper muss das Testosteron auch irgendwo draus bauen, dementsprechend habe ich ja in dem Video gesagt, Kalorien, 0,8 bis 1 mal Kilogramm Körpergewicht, ähm, in Fetten, und auch nicht nur ungesättigte und mehrfach ungesättigte, sondern auch gerade gesättigte Fette, also sprich, Kokosfett, Nüsse, alle Arten, ähm, Eier, Butter, Avocados, ähm, ähm, ja, Öle hier, Olivenöl, Rapsöl, was auch immer, ja, Rapsöl ist noch so eine Sache, aber grundsätzlich wisst ihr, was ich meine, ähm, Fette, 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 also der Körper braucht Fett, um wirklich, äh, Testosteron zu bauen, also als Baustoff, ähm, Zink, 25 bis 30 Milligramm, bei mir, ich supplementiere 50, einfach weil 50 in der Packung sind, also 50 Milligramm pro Tablette, ähm, Magnesium, äh, im Bio verfügbaren Magnesium, 200 bis 400 Milligramm am Tag, Magnesium Citrate in dem Fall, ne, wie gesagt, schließt gleichzeitig noch den Fett, ähm, die körpereigenen Fette auf, und, äh, erhöht euren Testosteronspiegel, ähm, was noch, Kreatin, Kreatin hat, nicht nur den Vorteil, dass es euch ein freies Phosphat, für die ATP-Geschichte, äh, zur Verfügung stellt, sondern in Studien, ähm, mit 18 bis 35-Jährigen, also, ich glaube, so das, was der Channel hier so trifft, ähm, mit 18 bis 35-Jährigen, erhöht es den körpereigenen Testosteron-Ausstoß, 25 bis 30 Prozent, ähm, Kreatin mit 5 Gramm pro Tag, jetzt Dauersupplementierung, also schenkt euch diese Kuren, Kuren sind blödsinnig, sind von der, äh, von der Nahrungsmittelindustrie, irgendwie hergestellt worden, ähm, damit ihr euren Beutel schneller leer habt, und, äh, sowohl den Kreatinbeutel, als auch den Geldbeutel, schenkt euch das mit Crea Pur, und hast du nicht gesehen, und Crealkaline, und wie der ganze Scheiß heißt, Kreatinmonohydrat, 5 Gramm am Tag, durchgehend, bis ans Nebensende, ja, und dann, wie gesagt, was, ähm, nichts bringt, sind diese Hokuspokus-Geschichten, wie Tribulus, Was, ähm, was, ähm, was, ähm, was, ähm, Untertitelung des ZDF für funk, 2017